herzlich willkommen zur sechsten folge founders forging ja wir schlafen weiter die ganze folge lang wird nur geschlafen nein natürlich nicht in der folge will ich ein bisschen versuchen herauszufinden was wir dann als nächstes hier sinnvolles machen können denn unsere forschungskosten werden jetzt auch gerade immer wieder ein bisschen höher und jetzt mal schauen was die anderen tollen hier machen und vielleicht schafft es alex jetzt endlich mal ein level ab zu bekommen wenn er es denn schafft überhaupt hier die immer anzumachen natürlich irgendwie wohl aus bleibt jetzt die ganze zeit brennend und stehe an und ausmachen werden wir einfach mal probieren nachher weiß ich noch nicht so gut dann charlotte hat zu tun ja das ist richtig so wo ist denn wo ist denn franzi franzi knallt auf stein rum hat alex seine axt nicht mitgenommen oder ist es bei dem kaputt doch war gerade nicht so aus wenn wir dem noch andere wünsche erfüllen dem alex da hier level ab bekommt alles was anderes oder haben wir können den tisch oder so tisch umbauen dann wir können den ja mal so tisch reinsetzen ist das ja auch das war schon auch franziska franziska ist die mit der gelben mütze wunsch erfüllt gleich ein bisschen mehr happy ich will auf dem stuhl sitzen hier komm mach oh dann haben wir ein level ab oh dann können wir uns doch noch vorm winter einen neuen holen wo ist alex wunsch erfüllt er zufrieden oh in 20 minuten kommt ein migrant ok dann wird das in dieser folge eng ok hier mach dich mal hier siehst du das ist schalotte ne alex jetzt hat er sogar einen belohnungs beim alex hier 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 die arbeit ah die charlotte hat auch echt genug zu tun das ist irgendwie der arbeitsamste charakter hier so muss die jetzt wieder angezündet werden mal gucken ö ich bin ja gespannt ob die wenns dunkel wird wieder alleine angeht einfach kann ja sein vor allem sind die hier an rotbäume gewachsen also rotbäume oder hat sie nur rot verfärbt weil herbst wahrscheinlich hat sie rot verfärbt wegen herbst jup jup ja gut dass er mir zustimmt rechten raum charlotte oh der muss ich unbedingt dieses pessimistische weg machen allergisch auf äpfel auf äpfel die wird ja schon nie gleich äpfel essen oh hier hat sie entspannt wenn die nichts zu tun hat kann sie auch baumwolle sammeln gehen hier macht ihr das das jetzt eigentlich nach äh nach wichtigkeit erst felder bewirtschaften dann essen kochen und dann baumwolle sammeln die sind nämlich nicht weil wenn die zeit hat dann kann die nebenbei baumwolle sammeln können wir immer gebrauchen dann kriegen die beiden auch mal noch outfits hier so die haben ja eher standard outfit das wäre dann langweilig auf dauer Grifffalz raus geholt okay so hier ist das dass hier Achso, das waren die wilden Heilpflanzen. Baumwoll? Was? Alter Stamm. Okay, also Holz. Rimm. Einmal drehen. War in Auftrag geben. Die Bauernkleidung haben wir. Bergarbeiter brauchen. So, was denn jetzt? Letzte echte Volk der Insel. Zwei Äpfel und eine Münze. Ja, das ist interessant. Leiderei. Wir brauchen eine Försterkleidung und eine Bergarbeiterkleidung. Waren jetzt Gambeson? Achso, für einen Krieger war das Gambeson oder Gamethon? Keine Ahnung. Ich bin in der Waze, wie das ausgesprochen wird. Ja, schreibt es mal in die Kommentare rein. Gibt ja hier, äh, Wortsprache. Echt, jetzt chillt die hier rum, die Charlotte? Will die mich rollen? Kann die hier auch das machen. Wenn die Zeit hat, kann die sich auch darum kümmern. Sein hier. Ja. Sitzen muss ja gerade keiner. Hab ich hier drin eigentlich noch? Baumsturmfucker. Ruhig mit da hin. Ach nee, wollten die den nicht im Haus haben? Äh, ist der Svendorz, ist er hässlich. So. Haben wir das jetzt mal ganz einfach geklärt. Und die aber immer noch, äh, wie weit ist sie? Charlotte? Ja, nie wirklich weit. Was mache ich dann mit denen hier im Winter? Vor allem, was machen wir mit Charlotte im Winter? Wobei, Charlotte könnte im Winter ja forschen. Das hat sie ja auch so ein bisschen drauf. Geht's auch ein bisschen mit? Oder vielleicht kann die dann Äpfel ernten. Ich hab's ja das gemacht. Einfach übelst stark. Finde ich, ist cool gemacht. Baut denn jetzt Charlotte eigentlich gerade zuerst? Kleidung schon. Oder macht sie gerade beides? Nacheinander? Weiß ich nicht genau. Werden wir ja gleich sehen. Irgendeiner von beiden. Also entweder, äh, Alex oder Franziska bekommt gleich Arbeitskleidung. Was ganz gut ist, wenn's dann zum Winter zugeht, dann sind die ja ein bisschen mehr geschützter dadurch. Das ist eine ganz nette Sache. Gehen wir uns rein theoretisch? Was soll denn schaffen, dass wenn hier in 13 Minuten der neue Migrant kommt, ähm, wir den dann einfach annehmen und dann soll der lernen, was er lernen soll. Oder was ich möchte, dass er lernt. Und dann hat er hier schon so ein eigenes, ja, kleines Zimmerchen, Häuschen. Wenn er Bedürfnisse hat, können wir die dem dann erfüllen. Der ist ja ganz, da sind wir ja nie so. Vielleicht wird das ein Baumwollpflücker. Keine Ahnung. Na, guck mal, wie ich brauche. Ja. Charlotte, bist du nicht fertig geworden? Gute Nacht, ne? Ja, Charlotte war müde. Ach ja, wie müde Charlotte. Kann man nix machen. Alex träumt wahrscheinlich nix Gutes. Warum haben die eigentlich alle den gleichen Schlafwachrhythmus? Charlotte hat gleich was fertig gemacht. Cool. Die Bergarbeiterkleidung hat sie fertig gemacht. Dann ist das, ähm, Ja, da, ne, Bergarbeiter ist doch Riska. Franzi ist hier Bergarbeiter. Ähm. Gute Sache. Charlotte, na, Charlotte muss ich ums Essen kümmern. Ganz viele Kartoffeln. Kann ich da Alex nehmen? Jupp. Er, er hat ja gesagt. Ich hab eh nicht geklossen. Macht Franziska. So, die geht essen und dann legt sie sich nochmal hin zum Schlafen. Bei dir hat's ja gut. Hm. Jupp. Wer ist sie denn? Was ist Franz? Achso, die ist da. So hat sie gerade hingelegt. Mann, Franziska. Das ist auch bald, ähm, mit dem ersten Sternchen mit dem Bergarbeiter. Bald. Dauert mal ein bisschen. Aber gut, ich darf ja gar nicht immer die ganze Zeit das machen, was ich hier sage. Ich darf das ja gar nicht. Oh, hat sie es jetzt. Ah, wie sieht das aus? Das ist ganz schick. Franziska, es tut mir leid, du musst wieder, du musst wieder was machen, was du eigentlich gar nicht kannst. Sammle Baumwolle. Wir brauchen Baumwolle. Oder gab's das jetzt noch nie? Nee. Ich würde sagen, es ist nix, weil das hier noch wieder neu. Boah, eigentlich nochmal hier alle Felder, alle Dinge davon abenden, dann hab ich eh genug, äh, wieder erstmal genug Baumwolle. Komm Franziska, du schaffst das! 30. So, wir sind mal bei 48. Naja, gut. Es gibt zwei, die dann fehlen können. Komm, mach das mal, sei mal so lieb. Sonst ist es gar los. Nee, glaube ich genug. Alle 23. Deine 33? Kann die das eigentlich überhaupt? Ist egal. Okay. Okay. Das ist cool. Jetzt haben wir dann gleich übelste Kartoffeln, eh. Überleben bei den Winter. Wenn man dran denken, Leute, Winter is coming. Auch schon wieder Schlaf, ist das? Winter ist angekommen. Ja, ich fühl grad keinen Händler. Die Assem sind eh alle müde. Haben gar keine Kraft, um zu handeln. Ah. Was? Was? Niedergeschlagenheit? Jetzt. Jep. Sie mag den Besucher in der Stadt nicht, die Franziska. Was ist pessimistisch und schlechter Traum? Uuuh. Mensch, warum schräumst du denn schlecht, Charlotte? Du hast ja ein Luxusleben. Das ist unglaublich. Wenn man mal die Produktion auf unendlich um, dann sollte es ja auf alle Fälle genügen. Sechste Produktion haben wir. Wir haben noch 34 Kartoffeln. Knapp 400 Holz. Oh, jetzt haben wir 400. Langsam, 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 ja. Ist nicht, hilft die? Ah ne, die Star Wars macht die. Achso, die soll eigentlich die, soll die Falotte hingehen und einfach mal akzeptieren. Gucken, ob das geht. Ja, Kolon ist beigetreten. Oh, jetzt haben wir einen Jan. Hallo Jan. Wo bist du? Hallo Jan. Oh, Glücksspieler, oder warum sitzt der so komisch? Jan Appel. Jan, guck mal hier. Das ist dein Bett. Na da. Guck mal hier. Jan, komm mal, komm mal hier. Komm mal her. Jan, da hin. Jetzt, jetzt zeige ich dir dein Zimmer. So, herzlich willkommen Jan. Was kann Jan? Prüfen wir doch mal, was Jan kann. Er liebt den Frühling und er ist Pessimist. Bester Tag des Herbstes. Oh, er ist Kämpfer. vom Beruf her kann er nüscht. Was haben wir ihn denn dann jetzt? Er kann auch Gelehrter machen. Oh, cool, dann nimmt Franziska die Arbeit ab. Cool. Dann haben wir jetzt einen Forscher. Genau, und die Arbeiterkleidung? Hey Alex, du bekommst Kleidung. Muss ich alle wieder glücklich machen, damit das soweit klappt. Aber der Kolonist ist ja schneller als die Zeit da war. Naja, gut, okay. Achso, ich habe ja hier auch vorgespult. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was Jan so braucht, damit er das machen kann, was er machen möchte. Er braucht Lagerplatz für Werkzeug. Okay, er braucht ja dann auch eine Spitzhacke wieder. Ich würde sagen, Lagerplatz, Lager für Werkzeug. Dahin. Leiderständer braucht er natürlich auch. Kriegt er. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Wisst ihr jetzt nicht, wie er das machen sollte, damit er da hinkommt, oder was war jetzt das Ding? Oh, habe ich den zu weit? Nee, hm? Geht halt mal aufbauen, Jan. Das ist deine. Das ist für dich. Jetzt wird es, Jan, jetzt wird es richtig super. Also, wird er ja sowas von happy sein. 150 von 180, okay. Überlebensheit zur Friedenheit Stufe 1. Die bekommt er dann auf Dauer ein Glümchen will er haben und einen Tisch. Glümchen? Glümchen, mach mal. Glümchen kriegt er direkt rein. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass er sich vernachlässigt führt, weil er jetzt später gekommen ist. Was wäre das, also? Pflanze im Holztopf. Aber Jan, du musst auch achte, 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 er kriegt, so. Stimmt, wir haben jetzt, wir haben jetzt einen Forscher. Ja. Wah, Jan ist schon happy? ganz einfach. Ey, was ist denn mit der Franziska los? Jetzt hat die sich ja einen Arm verletzt. Sag mal, kriegt die das überhaupt hin? Oh, die erwartet jetzt ein richtiges Bett. Ja. Okay, die erwarten ein richtiges Bett, aber das musst du jetzt nie gleich machen. Weil dazu musst du ja eh in der Forschung, ich glaube, Möbel machen. Ja, genau, und das ist jetzt gerade noch nie drin. Gerade ist noch hier Bewässerung drin. Ich brauche das unbedingt hier für die Charlotte. Charlotte, die Jute. Die, die muss das kriegen. Ihr, ihr, Bewässerungssystem bekommen. Was brauchen der jetzt? Also, er braucht, er braucht einmal eine Holzpicke. Eigentlich mal schnell herstellen. Und er braucht auch. Meistert. ist das Meistert. Ach, hier geht es auch noch runter. Eine gelehrten, Rubbe. Franziska, wo bist du? Ja, keine Ahnung. Wer weiß, was die wieder gemacht hat, warum die sich arm kaputt macht, ey. Hol uns mal noch ein paar Baum, ein paar Sachen an Baumwolle. Komm, das ist jetzt dein Job. Wenn wir dann die Baumwolle haben, kann der Jan hier selbst noch eine Kleidung machen. dann forscht er schnell. Was macht er denn jetzt? Der müde. Der tut schlafen. Werkzeug kriegt er dann auch. Oh Mann, Jan kriegt ein übelstes Luxusleben, ey. Macht Charlotte? Charlotte weiß nicht, was er machen soll. Warum willst du nicht, was er machen soll? Ach so, oh Gott, ist ja der letzte Tag jetzt. Ah! Dann noch mit der Baumwolle hin, das wäre cool. Ja, hat sie eigentlich hingekriegt? Ja. An Jan. Na, Jan anklicken, das, dann die Kleidung schneiden. Ja, wunderschön, können wir mal schneller machen. So, Schlafenszeit, alle schlafen gehen. Und für euch heißt es genau dasselbe. Wir beenden hier die Folge und wir hören uns morgens 16 auf YouTube ich wünsche euch was oder im Livestream auf Twitch dazu einfach in der Beschreibung ein bisschen lesen. Viel Spaß, bis demnächst und danke fürs Zuschauen. und danke fürs Zuschauen.